Jetzt bin ich hier oben, Jürg bei mir und seine Crew von der Felsenkammer hier in der Valetsche. Wo wir offiziell unter Schutz stellen. Die ganze Zeit einen riesen Krampf, den sie hier oben haben. Die holzen, die werchen, die bewirten gerne mal einen Gast, der hier in Not geraten. Jürg, das ist gleich. Und da danken wir euch dafür. Und ich muss Kaffee saufen. Wir haben hier noch die Edel-Variante. Normalerweise hängen solche Sachen nur an Rolls-Royce-Piogittern vorne dran. Das war die beste Werbung. Man muss eine gute Pfanne machen. Die beste Werbung gemacht.